Seit 159 Jahren wird immer nur die Seite der Erwachsenen abgebildet. Hat sich schon mal irgendwann irgendjemand gefragt, wie unsere Sicht der Dinge ist? Nee, nee, nee. Es interessiert ja keinen, was Kinder zu sagen haben. Jahr für Jahr, Abend für Abend wird diese Lügengeschichte verbreitet. Das wird ja immer grotesker. Hier, schau dich doch mal. Hier, diese beiden Kleinen hier an. Diese gegen diese, diese Krisen Erwachsenen. Ein Recht, dass sein Versprechen hält für alle Kinder dieser Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017